Ist das schön. Bleib noch einen Moment hier stehen. Du musst ein Schlüsselband haben. Das kriegst du nicht. Warte mal, das ist für dich. Habt ihr schon mal ModNation Racers gespielt? Gute schön hier. Ja, ModNation Racers. Ist ein kleines Rennspiel, sehr lustig. Und genau dieses Turnier startet jetzt gleich. Wenn ihr möchtet, seid ihr dabei. Oder aber, ihr versucht euren Highscore hier vorne zu spielen bei Star Trek Palen. Das könnt ihr euch aussuchen. Was würdet ihr tun? Äh, liebe ModNation Racers. ModNation Racers. Alles klar. Wo ist denn die junge Dame? Hier haben wir sie. Wir haben die ersten beiden Teilnehmer von ModNation Racers. Takt euch bitte einmal ein. So, wie sieht's aus? Wer möchte noch PS3-Spiele gewinnen? Die junge Dame hier auch, ihr ehrlich wahr? Bitte, komm mal her. Ja, ja, komm mal, komm. Komm mal ganz kurz ständig mal zu mir, das klären wir jetzt noch. Wie ist denn dein Name? Jackie? Woher kommst du, Jackie? Mantic. Mantic bei Koblenz. Mantic bei Koblenz. Da gibt's viele besoffene Friseure, kann das sein? Oh nein, nein, nein. Stimmt nicht. Sieht sehr gut aus. Ehrlich, ist echt hübsch. Oder ist hübsch? Einen Applaus für die Frisur der Dame? Ein klein, klein. Ist schon ein bisschen cool. Ist das echt cool? Ja, doch. Herrlich. Haben wir noch einen jungen Mann vielleicht für die Dame hier? Darfst du einen auch suchen? Den da? Der will nicht. Siehst du? Mein Schwester bliebt. Ich suche dir einen aus. Wir nehmen dann hübsch dich zum Beispiel. Wer bist du? Tobias, komm her. Nehmen wir die Hand. Hervorragend herzlich willkommen auf unserer Bühne. Ein Applaus für Tobias. Sehr schön. Tobias und Jackie machen ein lustiges Spiel. Das heißt... Alle unter 18, gehen Sie mal bitte weiter. Das Spiel heißt... Das Spiel heißt... Wilde Knutschen. Nein, 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 nein. Wansch, 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 wansch. Alles gut. Wir spielen Schnickschnack-Schnupp. Oh, scheiße. Scheiße. Ja, genau. Wenn du verlierst, bist du raus. Und nein, nein. Schnickschnack-Schnupp mit einer kleinen Besonderheit. Weil du ein Mann bist, musst du mit Augen zuspielen. Okay? Augen zu machen. Was? Der Unterschied ist, dass du die Augen zu hast. Ja. Hervorragend. Augen zu machen. Und zu lassen, bis ich aufmachen sage. Achtung. Schnick. Ja, schick. Schnack. Schnupp. Jetzt darfst du wieder aufmachen. Blöd genau. Jetzt sagst du... Was kann passieren? Du bist auf jeden Fall schon mal dabei. Und du bist auch dabei. Weil du dich verarscht haben. Ein Schlüsselmann für dich. Und ein Schlüsselmann für die Jackie. Und dann will ich euch bei meinen anderen Kollegen anmelden. Es spielt Plotpot Nation Racers um PS3-Games. Wer hat denn noch? Hier ist noch ein junger Mann. Und hier ist auch noch ein junger Mann. Da woher kommst du dich auf die Bühne. Sehr schön. So. Wer seid denn eh zwei Frischlieben? Johann und Sebastian. Woher kommt es Sebastian? Ja. 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 Ja.